Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. Yeah! So, wir sind in Welt S. In der Superwelt heißt sie jetzt, glaube ich, ich sage immer Spezialwelt. Superwelt oder Spezialwelt, sucht's euch aus. So, da haben wir den Pixel Mario, also Pixel Mario Galaxy haben wir komplett. Schabernakome, die ist heftig und die mache ich jetzt. Oh, jetzt kann ich zwar weiterfliegen, aber ich glaube, wir klappern das jetzt Reihe für Reihe ab. Obwohl ich das ja eigentlich nicht immer kann. Aber wir machen jetzt erstmal hier den Schabernakome. Ich weiß, was das ist, das habe ich auch schon erwähnt, als wir hier den ersten Stern geholt haben. Ähm, jetzt bin ich ans Mikro gekommen, wie so oft. Die da müssen auf der Regenbogenpiste, ja. Das wird hart. Ich bin eigentlich gut durchgekommen, hier beim ersten Stern, bei der Achterbahn da. Das müsste eigentlich die gleiche Strecke sein. Dürfte eigentlich kaum was verändert sein. Nur, dass ich jetzt hier Lina Münzen einsammeln muss. Mit Zeit, mit Zeit, also weiter. 100 Münzen. Ich habe nur neun Leben. Also vier von Beginn und dann der Brief von Prinzessin Peach. Das hat mein Leben. So, da gibt es jetzt hier zwei Wege. Wie mache ich das am besten? Das wird sehr eng. Ich weiß nicht, entweder werde ich runterfallen. Mehrfach, da habe ich schon verpasst. Oder ich habe einfach nicht genügend Münzen. Jetzt weiß ich nicht. Sind das 100 Münzen, wo da auf der Strecke sind? Dazu muss ich alle einsammeln. Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind mehr. Das wäre auch ein bisschen asozial. Die am besten holen. Aber das kostet auch sehr viel Zeit hier. Das weiß ich. Wow, jetzt habe ich überlegt, wie springt man denn? Ich wollte es sehr schütteln. Das hat man gemerkt. So. Falsch. Falsch. Kann nicht mehr reden. Verpasst wollte ich sagen. Einige. So, jetzt kommt eine dumme Stelle. Da natürlich nicht runterfallen und versuchen Münzen einzusammeln. Moment, kann ich da nicht irgendwie einen Weg auswohnen. Ich glaube, die haben das verändert. Ja, die haben das verändert. Habe ich gar nicht jetzt mitbekommen. Fuck da. Aber an so leichten Stellen muss ich eigentlich alle einsammeln. Aber ich habe eigentlich schon... Ey, ich habe hier schon 75. Ist ja gar nicht so schwer. Fast geschafft. Vielleicht klappt das sogar. Wenn wir erst versucht, das wäre sehr nice. Wer ihn... Ah, drei verpasst. Dumm. Nicht so schnell. Okay. Ähm, 30 Sekunden. Ja, ich glaube, das Problem wird die Zeit sein. Moment. Noch. Ich glaube, ich bin schon am Ende. Sind da unten noch Münzen? Ja, das sind doch ein paar. Aber ich glaube, das reicht nicht. Nee. Nee. Nein. 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 Eine Münze. Nein. Leute. Eine fucking Münze habe ich verpasst. Och, nö. Ey, ich habe... Ich weiß... Ich habe früher... Habe ich da so viele Anläufe gebraucht. Und jetzt habe ich beim ersten Versuch... 99 Münzen eingesammelt. Weil ich da... Ich habe es gesehen. Drei verpasst habe am Schluss. Das war unnötig. Zeit, der ging noch 10 Sekunden. Ey, nee, oder? Oh, das wäre so schön gewesen. Aber nein. Hier habe ich auch ein paar verpasst. Und jetzt... Denke ich, werde ich total fehlen. Wenn es einmal gut läuft... Läuft es nur noch scheiße. So, da muss ich auf jeden Fall alle einsammeln. Habe ich die eben alle eingesammelt? Ich glaube schon, ja. Bin eigentlich gut durchgekommen. Auch hier bei so Einzelnen. Normal brauche ich hier immer... Weil ich mit der Steuerung nicht so klarkomme. Weil das auch nicht besonders leicht ist. So relativ. Da richtig zu rollen. Das kostet halt sehr viel Zeit. Und dann muss man schnell machen. So, jetzt habe ich alle... Ich glaube, die habe ich nicht eingesammelt das letzte Mal. Also eben. So, jetzt hier nochmal konzentrieren. Das ist gar nicht so schwer. Ich weiß auch nicht, warum ich mich da... Früher so dermaßen dumm angestellt habe. Jetzt habe ich, glaube ich, alle eingesammelt hier. Oder fast alle. Oh, das war nicht gut. Jetzt bin ich zu weit. Ja, es geht. Ich bin gut dabei. Oh, jawoll. Aber alle muss man halt nicht einsammeln. Nein. Dumm. Dumm. Aber ich glaube, die... Die... Die Leben reichen. Das war ein... Das war eine Sekunde. Verschwendet. Ey, ich habe mich früher hier auch dumm angestellt irgendwie. Nicht nur beim Rollen, sogar auch mit der Zeit. Also mit dem Sammeln, meine ich. Sammeln war dumm. Aber so viele verpassen kann man doch gar nicht da verpassen. Entweder fällt man dann runter. Oder man sammelt halt alle ein. Wie jedem. Nur eine habe ich halt leider nicht eingesammelt gehabt. Die brauche ich, die brauche ich. Komm, mach ich dritt schon. Yes. So, dein Zickzack. So, das müsste doch heute mal gehen. Also gut gehen. So viele Sterne waren ja auch noch nicht, wo ich sehr verzweifelt bin. Drei ungefähr. Zwei, drei. Ja. Wo ich halt ein bisschen länger gebraucht habe als sonst. Yo, das war super. Ich weiß nicht, ob ich die drei einsammeln will oder soll. Die oben da, weil das war ein bisschen dumm gerade, aber. Wo ja, habe ich eine verpasst genau. Yes, frisch. Nun muss ich rüber runter. Oh, meine Fresse. Alter. Geh hin. Das war nicht gut von der Zeit her. Dann muss ich viel schneller durch. Eine Münze. Ich könnte kotzen eben. Habe aber eben da 75 gehabt. Oder 74. Also jetzt hier nur noch versuchen zu überleben. Eine Münze bekomme ich noch am Schluss. Oder ein paar mehr. Das hat gesagt. Muss ich dran denken. Komm, Mario. Yes. Ich habe alle. Ich habe alle. Noch eine. Brauche ich nicht mehr, aber. Das geht. Eine. Ich bekomme hier noch ein paar. Ey, jetzt habe ich auf einmal zu viele. Was war denn eben los? Triller Versuch war das. Sehr schön. Very nice. So, 104. Sehr schön. Wo ist der Stern? Achso, ich muss zu dem. Hä, wo ist der jetzt? Hallo. Ah, der Hausmeister. Hallo. Gib mir den Stern jetzt. Oh, Wahnsinn. Du hast es wirklich geschafft. Yo, ey. Es war gar nie so schwer. Es war nie so schwer. Sehr nice. So. Und ich habe eben alle Probleme aufgezählt. Ne, Zeit war nicht. Also einmal bin ich runtergefallen, einmal nicht genug Münzen. Jetzt wäre noch einmal das Zeitproblem hätte einmal kommen müssen, aber das hat gut geklappt. Cool. Erleichterung. Dann können wir weiter fliegen. 112. Galaxie komplett. Ja, da sind immer nur zwei Sterne zu holen in der S-Welt, in der Spezialwelt. Superwelt. So. Die war auch heftig. Und die war... Auch geht. Auch geht. Auch geht. Galaxie wäre auch cool. Aber... Ja, die sind alle eigentlich ein bisschen haarig. Die hier. Aber die sind irgendwie alle cool gemacht. Jeder hat mal einen Drehwurm und den haben die jetzt auch gleich. Äh, ja genau. Das geht. Das geht. Das geht. Das ist halt der erste Stern. Komet-Münze, muss ich dran denken. Oh, oh, oh. Da bekomme ich Kopfschmerzen bei dem Bild. So. Wunderschön. Die Komet-Münze ist hier auch vielleicht etwas schwierig, weil das dreht sich und man sieht es halt nicht direkt, wo die ist. Muss halt auffassen, dass ich nicht runterfalle. Ich bin, äh, ich hab geschüttelt. Unnötig. Noch acht Leben. Nochmal. Nochmal das Ganze. So. Jetzt darüber. Sehr schön. So geht das. So, komm mit, Munze. Oh, oh, oh. Moment. Moment, da muss ich kurz warten. Und jetzt muss ich mich die ganze Zeit kratzen. Das ist bei so einem Level nicht gut. Das war dumm. Wow. Ich muss da hin zur Wolke, zur Wolke. Okay. Komm ich da so hoch? Jawohl. Nicht verschwenden. Nicht zu viel verschwenden. Wo ist die Komet-Münze? Hab sie noch nicht gesehen. Moment, das brauch ich. Weil ich verrecke wahrscheinlich hier ein paar Mal. Dann die beeinsammeln. Ein paar Sternteile. So. Moment, Moment, Moment. So. Ah, ich glaube, das geht irgendwie sehr schnell beim Schabernack-Komet. Das geht dann brutal ab. Wow. Ich finde nicht so... Ihr merkt es, wenn ich will, die Wolke nicht verschwenden. Und das sehe ich, aber jetzt muss ich. Das war notwendig. Komet-Münze. Da ist sie, glaube ich. Yes. Direkt in den Weg. Oh, nee, 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 nee. Jawohl. Nein, nein. Ach. Das war unnötig. Oh, wow, wow. Jetzt habe ich keine Wolke mehr. Ich glaube, ich bin da. Ich bin da. Geil. Leicht. Einmal gestorben, unnötig. So. Oh. So, aber wie gesagt, der Schabernack-Komet. Da müsste sich das irgendwie sehr schnell drehen oder so. Bin mir nicht mehr sicher, aber das sehen wir dann. Aber zum Glück haben wir das jetzt direkt geschafft. Ja, die ersten Sterne sind immer relativ leicht. So, Komet-Münze, wunderschön. 113. Dann machen wir natürlich noch einen. Noch einen Stern. Für mich. So, weiter fliegen. Ja, ich wollte alles reiner Reihe, aber... Jopp, ich mache alles reiner Reihe. Würde ich sagen, auch wenn es jetzt hier... Jo, ich gehe da jetzt rein. Ich möchte das jetzt hier wissen. Hat jetzt gut geklappt. Bin zwar jetzt schon wieder einmal gestorben. Einmal. Aber ist ja nicht so tragisch. Wir probieren es einfach, würde ich mal sagen. Komet-Nala. Schon wieder. Aber nicht mehr viel. Drehen und wenden ohne Unterlass. Aha. Ja, das geht schneller. Aber das ist der gleiche Weg. Jetzt wird es ein bisschen brutal. Da muss ich jetzt halt nur drauf achten, die Wolke nicht zu verschwenden und ein bisschen hier die Dinger zu nutzen. Was haben wir denn hier angeschwenden? Dann Teiler. Da sterbe ich oft. Wow. Das war schon mal gut. Okay, das ist nicht so schnell. Ja, ich gehe immer auf die... Wow, jetzt wollte ich zu viel. Ich wollte das Leben, aber scheiß drauf. Nein, nein, nein. Da, dumm. Weil ich ja fucking dem wollte und da dumm dagegen gesprungen bin. Aber ich muss ja auch aufpassen, dass ich hier auch ein paar Leben einsammle, weil ich ein bisschen sterben werde. Ein bisschen ist gut. Und jetzt sag ich schon wieder. Oder mach ich schon wieder. Ich will gar nicht so viel einsammeln, so viele Sternteile. Ich muss mich hier drauf konzentrieren. Und jetzt kratzt es mich überall. Das ist extra so gemacht. Wow. 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 Das war knapp. Das war sehr knapp. Fahne! Oh, das war knapp. So, jetzt kurz ratzen. Das hört man wahrscheinlich in der Aufnahme. So, Fahne ist immer gut. Was? Yoshi? Das ist ja mal geil. Wurde ich gar nicht mehr. So. So. So, mit Yoshi geht das besser. So, ich glaube, das ist doch auch gar nicht so schwer. Ich stelle mich manchmal an, immer nur. So. Wow. Jetzt, jetzt flieg, flieg, flieg. Jawohl. So, dahin. Oh, wow, wow. Das war sehr knapp. Komm ich dahin, komm ich dahin. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Jawohl. Nein! Dahin, dahin. Dahin, dahin. Sehr schön. Sehr schön. Das geht gut. Ich bin gleich da. Oh, nein! Alter! Alter, alter! Alter, fahr weiter! Ich bin doch da, ich bin doch da. Ich bin doch da, kein Problem. Ich bin noch nicht da. Es geht schon weiter, fuck. Da war der Stern. Es geht weiter. Dumm. Das war nicht gut. Das war schon mal der Start versaut. Boah, es tut mir eben im Kopf weh. Das geht irgendwie schneller, habe ich das Gefühl, als eben. Alter, mach doch mal langsamer. Mach doch mal langsamer. Es ist doch ein bisschen schwieriger, als ich eben gesagt habe. Oh, das war sehr knapp. Bin ich da? Bin ich? Wo ist der Stern? Da ist der Stern. Ruhig, ruhig, ruhig. Ich hab den Stern. Sehr schön. Und wenn ihr jetzt meine Handbewegung sehen könnt, die ist ganz oben in der Luft. Meine Hand, mein Finger. Ich bin der King. Naja, nicht wirklich, aber da freue ich mich doch immer drauf, wenn alles gut klappt. Bin ich gestorben. Ja, ich bin einmal gestorben, weil ich halt das fucking Leben einsammeln wollte. Sehr geil, ey. Die Welt klappt sehr gut. Fast keine Probleme. Aber da kommt noch ein Stern mit Silbersternen und zwar jetzt in der nächsten Galaxie, aber der Schabernakomet. Und zwar hier, genau. Schabernakomet aber, also jetzt noch nicht. Ich mach jetzt erstmal hier den ersten Stern. Wie viele Sterne haben wir jetzt heute in dem Part schon? Drei? Ja, wir haben schon drei. Trümmer-Tornado-Galaxie. Da ist der Silberstern heftig. Äh, der, der, der Kometenstern. Das sind Silbersternen, das weiß ich noch. Wenn ich jetzt hier keine Quatsch erzähle. Langsam, Toxbox, sachte, Wump. Okay, das ist halt immer eine Eingewöhnungsphase. Genau, das war irgendwie so scheiße vom Timing. Weil man wusste am Anfang nie, wo es lang geht, weil es ist ein bisschen unübersichtlich, wenn ihr euch das anschaut. Und ich gehe mir viel zu schnell. Was muss ich hier machen? Achso, ja, die Kometenstern einsamen. Genau, das muss ich mal. Ich glaube, hier kann man abkürzen. Ich mache jetzt hier mal was ganz heftiges. Moment, das sind Silbersternen. Silbersternen, was? Was war denn der andere Stern dann? Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich gehe mal darüber. Ich glaube, hier habe ich immer abgekürzt. Die Kometenstern, ich glaube, die kann man von hier schon erwischen. Nein! Da ging es runter. Dumm! Da habe ich jetzt nicht gesehen. Fuck. Egal. Ehe ist nicht so schlimm. Mach dich weg. Da kann man direkt zur Kometenstern gespringen. Aber ich gehe erst mal... Oh nein! Meine Fresse. Ich verschenke hier wieder Leben. Ich will da... Ne, ich gehe jetzt... Ich gehe mal weiter. Ist mir jetzt zu dumm irgendwie. Hallo? So. Kometenstern, ich gehe jetzt den normalen Weg, wie es eigentlich sein sollte. Hallo? Alter! Mach doch mal langsamer. So. Alter! Meine Fresse! Ey, die Kamera ist manchmal so dumm. Wo geht es denn hier so lang? So. Achso, da muss man... Scheiße, das war zu früh. Da muss man besser timen. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. War nicht gut. Viel zu früh. Oder? Geht das noch? Das müsste eigentlich noch gehen. Oh, renn, renn, renn! Renn! Dummes Timing. Sehr dumm. Ich muss zuerst den Silberstein holen und dann auf das Grüne. Das tut mir leid, dass ich jetzt hier so lange brauche. Aber dafür... ging die anderen gut. Alter, fast sind sie ausgelaufen. Ich kann heute irgendwie nicht spielen. Also jetzt gerade nicht. Das war auch knapp. Ah, das war dumm. So, jetzt kurz warten, wenn der da ist. Moment, noch ein bisschen, noch ein bisschen. So, jetzt. Ich glaube, das war ein bisschen zu... zu früh. Und... das war... kurz warten. Sonst geht das Grüne zu schnell weg. Sehr schön, das war gut. Kann ich verstehen, ohne Bedenken. Ich glaube schon. So, jetzt wird es noch ein bisschen haariger. Ich muss nämlich an die Commitments denken. Yes, ich bin da. Ich bin da. So, und jetzt, wo geht es jetzt lang? Ich bin da rüber. Ich glaube, ich muss aber erst da hin. Yes. So, zuerst zu dem. Wie habe ich denn schon? Zwei. Zwei. Das war zu früh, glaube ich. Da muss ich da rüber. Moment. Ähm, und jetzt? Ich glaube, da kommt einer vorbei. Deshalb warte ich kurz genau. Wie... geht der denn lang? Oh, der ist aber schnell. Wo ist denn da hier noch? Ein Silberstern. Ich glaube, ich werde gleich platt gemacht. Wow! Sorry. Das war vielleicht ein bisschen laut. So, ah, da war irgendwie dumm... Ah, nee, das war die Grünstern, wo sie dumm war, oder? Oder war da ein Silberstern? Der war irgendwie hier dumm. Im Moment habe ich alle jetzt. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ich weiß... Oh, jetzt habe ich gesagt, ich komme da. Ich weiß nicht, ob jetzt noch zwei kommen. Das war auch irgendwie hierher dumm. Alter, das war dumm. Moment. Nein. Nein! Ficken! Der Stern ist bescheuert. Der Stern ist, äh, nicht für mich. Ich weiß nicht, glaube ich habe... Ich habe einen Silberstern verpasst hier unten irgendwo. Ich sehe aber jetzt keinen. Warum? So. Geh weg. Alter, wie es mich jetzt hier kratzt. So. Nein, dumm. Komm, mach. Die Kamera ist bescheuert. Wenn wir da einfach springen, dann kann man gar nicht mehr... Kann man sich gar nicht mehr retten. Ey, jetzt klicke ich langsam wieder aus. Die ersten drei Sterne heute waren so schön. Und jetzt muss ich so einen Rotz machen, aber ich kann keinen anderen Stern machen. Weil ich hier das halt machen muss. Das macht Sinn. Alter, schon wieder! Schon wieder! Ich packe den heute nicht. Wenn ich da... Ich komme bis dahin eigentlich gut durch, als bis hinten. Wenn ich hier mal den Anfang schaffe und ein bisschen konzentrierter bin. Alter, es juckt mich auch überall gerade. Ich weiß auch nicht warum. So. Das war wieder knapp. So, jetzt. So, jetzt muss ich kurz warten, weil ich da nicht draufkomme. Warten ist nicht gut. So. So, der war kein Problem. Ich habe mit Sicherheit einen verpasst. Wow, das ist jetzt ein... Nee, das geht. Komm, mach hin. So. Komet muss ich natürlich dran denken. Und da muss ich natürlich auch gut draufkommen. Das ist so dumm, ich könnte seinen Weg gehen. Also nochmal. Da nicht dahin. Yes. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Dieser Stern ist so bescheuert. Ich dachte jetzt, wer erst der der Schab an der Komete ein bisschen heftiger ist. Und der Grünstern ist da auch bescheuert. Der ist da... Boah, ist da knapp. Ist da nämlich sehr schwer zu bekommen. Der ist an einer unmöglichen Stelle. Muss man irgendwie so ein... Keine Ahnung. So irgendeinen beschissenen Sprung machen. Wandsprung oder Heffsprung. In dem Fall ist der nicht leicht zu bekommen. So, mach weg. Mach dich weg. Geht doch. Jetzt bin ich hier mal gut durchgekommen. Nein. Nein. Ich wollte es gerade sagen. Ich muss weiter vorne stehen. Weil, wenn das Ding weg geht, zieht es mich natürlich... zieht es mir den Boden weg. Nee, nee, nee. Also, du... Ich versuch heute... Äh, was soll ich sagen? Also, versuch... ...solange zu spielen, bis ich gern im Horror bin heute. Und wenn es nicht klappt... ...dann klappt es nicht. Das war nicht gut. Knopf. Stern, würde ich sagen. Das ist ein etwas längerer Part wieder. ...mein ich zu dumm bin, wie diesen Kackstern. So. So, das war zu früh. Ah, es geht. Ja, gut. Ich bin halt jetzt ein paar Mal hier an der Scheiß-Schabana-Kombi. Alter! Boah, gerade so... Gerade so gerettet. So, kurz warten. Bisschen dahein. Dumm. Nochmal. Nein. Ich muss weiter in der Mitte stehen. Wie habe ich den eben bekommen? Ich Piot. Alter, hier ist mir... ...schankworts gerade. Komm, mach dich weg. So, das klappt wenig jetzt hier. Bisschen besser als eben. Nicht verrecken. Also, vielleicht ein Stück zu früh. Aber mal schauen. Wow! Ich kann jetzt über den Springer, aber es wäre mir zu gewagt. Geht jetzt wieder brutal. Los. Na, es war noch kurz. So. Wow. Okay, jetzt habe ich es. Ich muss mir nur noch hier rüberkommen. Achso, nee, den habe ich eingesammelt, oder? Den Silberständer. Ja. Das war auch sehr knapp. So. Nee, Moment. Ich muss da... Wow. Ich muss da zum Knopf. Schimpf-Knopf. Also, wieder eng. So. Ganz schnell rüber. Wow! Ich habe da... Da ist mit Sicherheit irgendwo... ...irgendwo ein Stern. So, da müsste aber jetzt klappen. Fühlt gut. War das gut? War das gut? War das gut? Alter! Ich mache hier dermaßen eklige Sachen. So, erstmal den Penner da wegmachen. So, jetzt kurz schauen. Da muss irgendwie gutes Timing sein. Ich muss rüber springen, wenn der weg ist. So. Irgendwie hier so. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Geh weg, geh weg. Alter! Leck mich am Arsch. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Moment, wo bin ich? Ich bin in dem. Wo bin ich? Wo bin ich? Alter! Leck mich am Arsch. Nein! Wie dumm war das denn? Ich hätte auf dem Feld vorne stehen können. Ich Idiot. Ich dachte, der hinter mir, der kommt nochmal dahin. Oh Mann, unnötig. Das war auch... Ich war extrem abgelenkt, weil ich in dem Block war. Das habe ich... Ja. Das habe ich es kommen gesehen. Boah, nein! Wie es mich aufregt. Und ich wollte es so lange machen, bis ich keinem Obergier. Allerdings ist das ein bisschen dumm, weil ich schon wieder ein Leben eingesammelt habe. Und ich möchte hier keine halbe Stunde spielen. Ich würde sagen, noch zwei Versuche. Zwei Versuche. Aber es war auch dumm, weil ich nur zwei Silbersterne hatte. Und ich glaube... Ne, drei hatte ich. Zwei fehlen noch, meine ich. Ich glaube, ich habe da irgendwann vergessen. Ärgerlich. Ärgerlich kam vorher. Das meine ich gar nicht. Jetzt war es noch ärgerlich. Ja, das zählt nicht. Aber doch, das zählt. Ich würde sagen, das war das Versuche. Sonst wird er überhaupt zu machen. Dann muss ich das halt im letzten... Im nächsten Part probieren. Im letzten Part. Aber dafür... Ging die Achterbahn gut. Da habe ich gedacht, das wird länger dauern. Das da habe ich mit eingerechnet. Alter, da muss ich hier schon wieder warten, weil ich manchmal nicht auf den scheiß Knopf komme. Boah, nein. Soll ich eigentlich wieder weiter anfangen? Jetzt muss ich schon wieder die Kometen uns einsammeln. Nein, wie ist das? Boah, diese Sterne, ey. Und das... Die ganzen Sterne da, wo ich mich so dumm anstelle, ist alles... Alle da. Alter. Ah, so geht das. Ist allen Scheiß dagegen, gegen den letzten Stern da. Ficken! Das ist alles Kindergarten. Wenn man das mit dem letzten Stern vergleicht. Nee, sorry, Leute. Muss ich im nächsten Part machen. Das hat jetzt leider nicht geklappt. So, okay. Also, dann sehen wir uns im nächsten Part hier wieder bei der Sternsuche. auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Und... Ja, würde ich sagen. Ich ziehe das jetzt hier in die Länge. Alter, geht das noch? Nee, das geht nicht. Ich wollte jetzt einen Versuch noch machen, aber... Egal, so, okay. Das war's dann für den Part. Wir sehen uns im nächsten. Macht's gut und ciao, ciao!